Leute, mal schauen, ob der Platz frei ist und wir werden vielleicht wieder eine Pause machen, ich weiß es nicht, jetzt flext da jetzt noch jemand draußen, alter. Ich glaube, ich mach mal gleich das Fenster zu, ich weiß es nicht, aber es kühlt so gerade schön ab. Ich fühle die Kälte von draußen. Ich bin schon wieder irgendwie ein bisschen müde. Kommt davon, weil wir selten waren, beziehungsweise, ja, selten, letzten Samstag, oder diesen Samstag, oder letzten Samstag, ja, letzten Samstag, waren wir selten und so. 76 voller dreckige Alter, glaubt mir, wir werden ihn noch hauen, bevor er 80 ist, aber ich schätze mal, unser Raum ist voll, oder sowas, das waren wir auch nicht. Wie es bauen kann, aber alles. Junge, lass mich hier doch vorbei. Ich weiß, wo man sind und bleibt ja voll. Ja, wenn da jemand ist, ist hier auch einer. Nee, hier ist keiner. Ey, der Nutten soll mal weggehen. Egal, ich kämpfe hier einfach mit ihm. Willst du mir bitte ein Blasen? Das ist genau die gleiche Frage. Ich, ich war zuerst hier. Äh, bevor ich hier herkomme, war ich da niemand. Aber egal. So, die packe ich auch gerade nochmal so. So, jetzt kann ich hier schnell Tora benutzen. Ja, ist ein bisschen nubig, aber für meine Verhängnisse. So, egal. Jetzt ist, nehmen wir mal eine zweite Stelle. Also, nicht die, sondern wir werden Trick 981 oder Trick 19 oder Trick 20. Kein Plan. Wir werden hier diese ganze Reihe durchfahren. Und so, mal gucken. Alter, wieso muss es immer regnen, gewittern oder irgendwas anderes, wenn ich aufnehme? Nimm doch mal Rücksicht auf mich. So, schon mal ein wenig besser. Ähm, Siegel. Ähm, SD3, ihr denkt bestimmt, das wäre so richtig cool, aber wir können mal reingehen, wenn ihr möchtet. Steine. Wir können mal reingehen, wenn ihr möchtet, aber ihr könnt ja nicht behaupten. Ähm, also wir gehen, glaube ich, rein. Ähm, vielleicht könnte ich jetzt noch irgendwas an meinen Waffen oder beziehungsweise irgendwas abnehmen, was weitergeab werden kann. Sechs. Dafür brauche ich nur weiße Perle. Bekomme ich sowieso nicht. Doch, zwei Stück. Geile Scheiße. Junge. Verarsch mich noch nicht. Zwei weiße Perle und zwei weiße Perlen direkt weg. Es waren mal zwei weiße Perle. Oh Mann, ich glaube, ich habe zu wenig Umhänge geholt. Egal, ich darf mal nicht so draufballern wie immer. Also, ich schätze mal so in 30 Minuten, nicht mal, nicht mal 30 Minuten sind hier, ähm, level 80. Wenn ich nichts übertreibe, ähm, so. Ja, ich habe meine Kette, äh, meine U-Ringen eigentlich da vergessen, weil ihr bedenkt euch bestimmt, hä, wieso habe ich so viele 50er Sachen. Ja, die bekommt, bekommt man ab Level 50, ähm, kann man global bekommen, wenn man ab Level 50, wenn man ab Level 50 ist, und, ja, Aura des Pferdes geht hier eigentlich sehr schnell aus. Ähm, bin auch so ein Hirni, warum mache ich eigentlich hier nicht weiter, anstatt hier irgendwie, ähm, Ähm, Aura-Pole. Erstmal höher machen. Passt schon. Kampf auch schon wenig. Weil ich Bücher habe. Eigentlich müsste ich noch mehr Bücher davon haben, im Lager. Ich gucke mal kurz. Ich weiß nicht ganz genau. Wusste ich's doch. Hier auch noch welche. Ja. Ja. Junge, immer diese Bücher lesen, ne? So, Aura ist jetzt M7 und das bleibt erstmal so, weil ich's nicht höher machen werde. Ähm, aber Kampfrausch geht noch ein bisschen höher. Das lohnt sich noch, Kampfrausch höher zu machen. Level 75, ähm, so schnell alles leer poolen. Und, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich hier zu diesem Server erzählen kann. Ich weiß nur, dass dieser Server richtig Spaß macht, weil ich würde den sonst nicht let's playen. Ähm, beides M7 passt schon. So. Und, was kann ich dazu sagen? Level 65, 66. Das geht schnell. Aber gleich wird's nicht mehr so schnell gehen. Ab Level 70. Glaube ich. Ja, ab Level 70 war das. So, schnell alles töten, hier. Noch vielleicht ein Speedpot reinpfeifen und so. Ähm. So, so. Das war schon. Mit dieser Gruppe. Junge, kommt doch mal her hier. Eigentlich gehen die ja richtig schnell down und ist, levelt man sich hier so richtig schnell. Ähm. Ja. Eigentlich schon. Ich bin ja einer der ersten Spieler hier, wo ich hier auf den Server gezockt habe, wo der rausgekommen ist, habe ich direkt gezockt und war eigentlich Platz 20 mit Lolli 12, 11, 11. Und jetzt bin ich, glaube ich, Rang 150 oder 1000. Keine Ahnung, welchen Rang ich bin. Aber mich kann man ja jetzt nicht so übertreffen. Ähm. Nicht so langsam übertreffen. Schatz. So, siegen. Oh, ich habe zwei Siegel. Interessant. So. Gucken wir mal gleich, ob mein Raum da frei ist. Und wechseln mal den Weg. Ich weiß es gar nicht. Scheiße. Ich glaube, ich habe eine schöne Gifte. Eine sehr schöne Gifte. Ich möchte auch eine Gifte. Ähm. Channel wechseln. Oh. Ich kann eigentlich noch ein Passwort sowieso nicht knacken. Also werde ich das, glaube ich, doch nicht. Beführen. Ähm. Aber ich glaube, der Raum ist hier leer. Das ist doch mal eine geile Scheiße. Der respawnt hier die ganze Zeit. Ey, wenn gleich jemand kommt und sagt, das war mein Raum. Junge, nervt doch nicht. Ich kann ihn melden, wenn ich möchte. Dauerkillen und so. In einer Kammer. Und so. Das ist natürlich immer nur Scheiße an diesem Spiel. Weil jeder Hurensohn kommt und... Tötet dich. Beziehungsweise killt dich. Weil die kein Leben haben. Ich glaube, ich war schon gerade dort. Und... Und... Ja. Was kann man dazu sagen? Und dass dich jeder Hurensohn killt. Der kein Leben hat. Der... 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 Jetzt werden wir richtig schnell leveln. Ähm. Ich glaube, wir sind gleich schon Level 70. Ja, sind wir eigentlich auch schon. Wir können jetzt hier die ganze Zeit chillen, chillen, chillen. Weil die hier sehr schnell wieder respawnen. Und killen. Und chillen. Und killen. Und chillen. Und die geben am meisten XP Punkte. Experienz. Ja. Nochmal ne Runde. Und nochmal ne Runde. Ah, und Level 70 schon wieder magische Stein bekommen. Hab ich Muscheln? Ja, hab ich leider nicht. Ähm. What the hell is this? This is very shit. Ähm. Nochmal. Noch ne Runde. Neu Spaß. Und so. Wow. Das Mikro war richtig nah bei mir. Meine Fresse, Junge. Ähm. Vielleicht hör ich schon auf Level 75 auf. Ich weiß es nicht. Weil es wird schon schwieriger hier zu leveln. Das bemerke ich. Ähm. Und ich hab nicht so viele Gesprächsthemen. Ähm. Ja. Was kann ich dazu sagen. Dass ich irgendwie schlafen möchte nach der Zeit und hier keine Monster respawnen und so. Ähm. So. Es wird nicht wieder hier. Und es ist schon wieder kein Monster am Start. Und. Ähm. Ich kann meine Rüssi anziehen. Und mein Falkenschild konnte ich eigentlich schlafen. Äh. Falkenschild. Löwen. Kantenschild. Junge. Meine Phoenix könnte ich mir eigentlich auch langsam herholen. Ja. Und jetzt können wir hier mal abgehen. So richtig abgehen. Feiern gehen. Ähm. Ja. Ab 75 höre ich auf. Glaube ich. Weil es schon länger dauert. Und ich hab schon überhaupt. Überhaupt kein Bock hier mehr zu leveln. Weil es nach der Zeit langweilig wird. Für euch wird es auch langweilig. Wenn ihr immer das gleiche hier seht. Baum, 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 baum. Und so. Ähm. Ja. Ähm. Das müsste jetzt eigentlich für den letzten Test reichen. Schon. Eigentlich jetzt schon. Ähm. Wenn ihr mehr sehen möchtet. Von dem Server. Kein Plan. Ähm. Dann geht nochmal hier auf den Server. Bisschen Werbung und so. Yolo. Und dann würde ich sagen. Ich hoffe euch hat der letzte Test gefallen. Und da würde ich sagen. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Auf dem anderen Server. Und so.